Der neue Citroën C4 Cactus bringt frischen Wind in das Segment der Kompaktlimousinen. Die klare Silhouette ist wie aus einem Guss. Die fließende Karosserieform präsentiert sich mit den neuen im unteren Bereich der Karosserie angeordneten Airbumps, den großzügigen Fensterflächen, dem schwebenden Dach sowie der innovativen Lichtsignatur der Frontpartie und den großen Rückleuchten mit 3D-Effekt. Die breite Frontpartie verfügt über schmale LED-Tagfahrlichter und elegante Scheinwerfer. Alltagstauglich ist die große Heckklappe. Die zahlreichen Fahrassistenzsysteme sorgen für entspanntes Fahren und Reisen. Auch die Motorenpalette bietet eine große Auswahl. Den neuen Citroën Cactus gibt es ab 110 Bs Benzin, die neue Generation der Purtech-Motoren, 110 Bs Schaltgetriebe wie auch Automatikgetriebe mit Wandelautomatik. Dann gibt es darüber hinaus einen 6-Gang-130 Bs Purtech-Benzinmotor und einen Diesel mit 100 Bs. Der Citroën C4 Cactus wird gerne auch als fliegender Teppich bezeichnet. Die Highlights des neuen Cactus sind vor allem seine Federung, die Advanced-Komfort-Federung und auch die Advanced-Komfort-Sitze. Die Advanced-Komfort-Federung gleicht die Unebenheiten der Fahrbahn aus. Stabilität und Dynamik bleiben erhalten. Überaus angenehm ist auch der helle Innenraum mit den bequemen Komfort-Sitzen. Preislich fängt er bei 16,99 an, gibt es dann in drei Ausstattungsvarianten, also bis hin zu der Schein, das ist die Top-Ausstattung mit integrierten Navi in Echtzeit, alles zu haben. Der C4 Cactus überzeugt mit unvergleichlichem Fahrkomfort, eben typisch Citroën.